ja leute wo sind wir denn hier gelandet party animals genau so sieht sich mal aus ein ganz cooles neues spiel seit zwanzigster neunter released leute 20.9.23 genau ein sehr cooles spiel wie rubber bandits und gangbeasts und sowas in die richtung sehr lustige physik da geht es nämlich mal richtig ab mal so zusammenpassung ich habe ja schon ein video zum tutorial und habe hier auch schon ein paar characters freigeschaltet beziehungsweise durch preorder bonus und so bekommen schauen wir uns doch mal kurz alle charaktere an die es gibt auch im spiel und arschkratzer 5000 wir haben arschkratzer 5000 nein achso der heißt ja nemo aber coco ich hätte auch schon double espresso single macchiato das sieht es mal aus und der otta oder notta hier oder was otta doesn't know what's next for he simply lives in the present also er weiß nicht was als nächstes kommt der lebt einfach hier in der gegenwart und underbite the few nuts jährliche internationale nasen biting champion also nasenbiss champion ja genau leute und harry das kommt irgendwie goose goose duck oder ein bisschen so wie among us clone mäßig all ducks looks like this also alle sehen so aus und carrot und anyone can beat anything jeder kann irgendwas schlagen das ist mir nicht schlecht und uni uni was geht ab magical and lazy also magisch und faul das sieht nämlich auch ein bisschen aus und wir haben hier leute 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 ist very fluffy also er ist sehr fluffig und barbie was geht ab wo hast du kennengelassen der sieht auch sehr begeistert aus barbie has a tender hat an muzzles of steel er hat ein warmes herz und muss genauer stahl und max versuche mich zu erinnern an was er sich erinnern wollte tiagra in mir ist in mir ähm nicht der tiger an einer rose ne ok bacon bacon is power franchise knowledge äh schinken is macht franchise wissen valiente a legend who punches art veganer der hart zuschlägt und morse was you looking at ain't pulling no slay ich suche keine stege ein oder so ich zieh mir keine ärger an so auf die art sparky sparky cannot fit rules in his tiny eyes in seinen augen gibt es keine regeln in seinen kleinen augen passen keine regeln rein huskar dude is a force of nature also er ist eine wahre macht oder kraft der natur ja und hachi gesundheit never forget anyone that he has loved er vergisst nie jemanden den er mal geliebt hat und bathroom garfett ein großartiges bad sag ich nur lou louis sun also louis die sonne dattenhund moon 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 lost trees also moon moon liebt bäume ja geil und fluffy the greatest dog ever ja das ist der großartigste hund jemals und kurtis i see everything also er sieht alles jo emma emma loves apple apples er liebt äpfel man liebt äpfel levy ein blue er ist blau ist er wirklich blau so groß gerusa 2022 fanart contest winner thomas de palio ok und wer noch bruce come on into the water komm mit ins wasser der sieht ein bisschen aus wie hier ähm na der ist nochmal hier mit der jungen jungen frau dick and charco genauso ein bisschen oder bob honey in vain unik in den venen joa der gibt es intravenös junge also wir sehen ja wir haben ja ziemlich viel auswahl zu den charakteren zu den charakteren ne und wir haben ja von manchen halt eben gold skin gold skin wat hier sehen wir auch schon verschiedene unterarten ok wir sehen wir haben ja auch schon dann müssen wir uns anlocken im shop oder so ich lage jetzt trotzdem mal meinen charakter den ich jetzt über das tutorial schon freigeschaltet hab wir sehen ja jetzt auf jeden fall hier auch 1540 nemo bugs und was geht immer im shop hier haben wir natürlich auch ein paar sachen zur auswahl wir können natürlich wieder mit echt geld wer hätte es gedacht und wir können hier mit nemo bugs neue charaktere freischalten wir sehen hier auch epic rare skins sind am start und tägliche durch wechselnde charaktere gibt es wohl auch noch und überraschungseier gibt es auch was ist das was kost das überraschungsei wir wollen mal ein überraschungsei ziehen leute ziehen wir nochmal ein überraschungsei und orange macchiato new outfit unlocked yeah 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 wow 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 machen wir doch nochmal eins und dark age und underbite new outfit unlocked geilo stylo und damit haben wir schon 20 outfits geunlocked inzwischen ja dann haben wir schon ganz guten verlauf durch das pre-seller bonus und die digital deluxe edition sehr schön human fat happy water yeah und dann machen wir doch mal eine runde über dich sagen oder leute custom game oder quick match wir hätten dann jetzt eine auswahl custom game ein quick join irgendwo wo ich jetzt gleich loslegen kann wind tunnel oh das sieht aber windig aus leute wo ich jetzt eigentlich davor hatte naja egal ne schöne unicorn jetzt bin ich aber auch dabei endlich jo und kleiner voll auf die elme bekommen ist ja cool jetzt hat mich auch voll weggehauen wuuu okay ausgedehnt ja es ist aber schnell und jetzt hat es mich ja voll wegfiezt leute ey wuuu 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 Ich hab die Beine weg jetzt oder? Hab ich gar nicht sehen können so. Ah, jetzt ist es einfach unbekommen, oder? Jetzt ist es aber gegen die Wand da mit dem Kopf, oder? Ja! Wir sind auf dem Leer. Komm, hier beißt, Junge! Aua, 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 Aua! Ja, okay, ich bin alles entschieden! Habe mich festhalten müssen. Pff, meine Banane-Keros noch nicht geschmissen! der eingespülter hängt da wohl noch dran rein der gewinnt wohl der bieber bieber oh Mist! Oh, das Team führt immer noch. Komm, explodier! Ja, schade. Team Rot hat die Krone geholt, hat mit drei Runden gewonnen und hat damit das Match gewonnen. Ja gut Leute, damit haben wir hier mal eine Runde hinter uns gebracht, hat sogar kein Erfolg bekommen, dass ich während dem Podium jemanden ausgelobt habe, yeah, sehr schön und damit haben wir doch ein paar coole Punkte geholt, auf jeden Fall, sehr schön, sehr schön und wir sehen hier unten, ich habe noch nichts bekommen, aber ich dachte ich habe hier auch das als Skin ausgewählt, aber habe ich noch als Avatar und wir sehen 551 XP bis zur nächsten Stufe und haben hier schon ein paar Unlocks, sehr schön und diese Emotes haben wir hier, wir können auch andere Emotes nehmen und auch durchtauschen. Katzende Regenbogen ist auch sehr schön. Was machen wir noch? Sehr schöne Emotes, da haben wir jetzt auch die Emotes noch ein bisschen eingestellt und wir sehen, hier gibt es einige Looks, die wir uns holen können. Ja, sehr schön. Und wenn ihr mehr Party Animals sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu aktivieren und die Glocke natürlich auch nicht, um keine News und Updates zu verpassen. Genau Leute, und hier geht es zum nächsten Video, nicht verpassen. Macht's gut!